Was wir als Demokratie, finde ich, ernsthaft verpasst haben, ist, dem ein eigenes emotionales Angebot entgegenzusetzen. Du bist gut, weil du gebraucht wirst. Du bist gut, weil du was bewegen kannst. Ein emotionales Angebot. Ja, natürlich. Wir sehen doch gerade, wir sehen Umbruchphasen. Das haben wir gerade besprochen hier. Wir sehen, wie sich die Demokratien behaupten müssen international. Diese Umbruchphasen sind für viele Menschen mit Ängsten beschäftigt. Diese Umbruchphasen sind für viele Menschen mit Unsicherheiten behaftet. Und ich glaube, dass auf diese Unsicherheiten die Rechten eine sehr einfache Antwort haben. Und das ist, die anderen sind schuld. Die da draußen sind schuld und wir verteidigen dich gegen die. Ich glaube nicht, dass wir als Demokraten richtig damit fahren, dem einfach hinterherzulaufen. Tut ja gerade zum Glück auch wir nicht in der Ampel. Aber was man tatsächlich tun muss, ist, den Leuten ein eigenes Angebot für Sicherheit zu geben. Und auch ein Zugehörigkeitsgefühl. Nicht über Abgrenzung nach außen oder nach oben. Sondern über, wir kriegen das zusammen hin.